Mann, Lami, wir brauchen endlich mal eine neue Wohnung. Ja, hast schon recht, aber sei mal ehrlich zu dir selbst. Das können wir uns niemals im Leben leisten. Ich meine, guck mal, wie luxuriös die ganzen Wohnungen aussehen. Wir können uns ja nicht mal ein Zelt leisten. Ja, schon, ne? Also, ich meine, wie wollen wir uns dann so eine Wohnung leisten? Ich meine, guck mal schon, wie die aussieht. Ja, guck mal, wie schön die aussehen. Ja, dafür müssen wir schon erst mal drei Jahre arbeiten gehen oder so. Ich meine, wir könnten auch zusammen mal irgendwie arbeiten, oder? So einen Tag als, keine Ahnung, Kinoverkäufer oder so. Das ist schon cool. Boah, guck mal, diese Wohnung Lami, wie schön das ist. Ja, das ist auch schön, ja, aber ich meine, wir müssen mal der Realität ins Auge blicken. Warte mal, vielleicht kann uns ja mal die Oma helfen. Ach, guten Tag. Warte mal, so, hallo ihr zwei. Hallo, ich glaube, die meint uns, oder? Ja, ich denke mal auch, Lami. Okay, jemand anderen kann ja auch nicht meinen, so. Ihr seid auf der Suche nach einer Wohnung, richtig? Ja, dann hat uns wohl zugehört. Habt ihr recht, warte mal. Ja, dann passt das doch perfekt. Warte mal. Was, was meint sie damit? Weiß nicht, was passt perfekt. Ich meine, wir leben halb auf der Straße, da passt gar nichts perfekt. So, äh, oben ist eine Wohnung frei geworden, die schon fertig dekoriert ist, bla bla bla. Ja, Lami. Warte mal. Ja, aber ich hab da keine Dias. Ich glaub, ich hab dir den Rest gegeben. Wir haben noch zehn Diamanten oder so. Ja, ich hab auch nicht mehr viele. Aber. Oh, ja, was denn? Das ist doch mit ganzen Möbeln und das hört sich doch gut an. Wir sollten uns das mal angucken, Lami. Ja, mit welchem Geld denn? Warte mal. Ach, ihr Süßen, das ist genug. Ihr könnt euch die Wohnung ja mal anschauen und wenn sie euch gefällt, dann sagt mir Bescheid. Ja, dann lass uns sie angucken. Ja, okay, also, wenn du das sagst. Äh, warte mal. Ah, ich... Hey, die Tür. Hey, die Tür klemmt. Das ist ja schon komisch. Ah, okay, langsam. Wird gesagt, die ist oben, oder? Ich glaub, ich mein, hier gibt's nicht mal Treppen. Warte, oben, ganz oben. Lami, du lässt dich immer sehr von allen Sachen ablenken. Ist das die hier? Äh, 14. Oh. Ähm, oh, ich glaub, wir stören da gerade. So, okay. Die Wohnung war das nicht. Dann ist es wohl diese Wohnung hier. Ja. Die ist fertig geworden. Oh mein Gott, Lami, guck mal, die schön. Die sieht echt gut aus. Also, die sieht echt gut aus. Für eine Einzimmerwohnung passt das perfekt, oder? Und guck mal, diese Puppe, Lami. Können wir die bitte behalten? Die ist so süß. Wir behalten hier erstmal alles, oder? Ja, auf jeden Fall. Boah, guck mal, für dich ist sogar ein Boxsack. Ja, man kann sich ja nicht mehr trainieren, ey. Und ich kann mich hier schminken. Wie schön. Okay, ja, aber. Wir müssen die Wohnung nehmen, Lami. Ja, eine andere Wahl haben wir ja nicht. Wir müssen die Wohnung echt nehmen. Was haben wir denn nicht essen? Also. Warte. Naja, also unter frischem Obst und Gemüse verstehe ich was anderes. Was ist das hier? Im Kühlschrank ist auch nichts. Und das sieht aus, als wäre hier vor kurzem jemand gewesen. Hm. Komisch. Vielleicht hat er uns erwartet, oder so. Kann man hier draußen gucken. Oh mein Gott. Der Ausblick ist schön. Wow, okay, der Ausblick ist halt echt mega cool. So. Wow. Und wer geht jetzt von uns einkaufen, Lami? Schnick, schack, schnuck. Der Kühlschrank ist leer. Jemand muss einkaufen gehen. Ja. Okay. Schnick. Hick. Schnack. Schnack. Schnuck. Ja, Brunnen, du musst einkaufen gehen. Tut mir leid, aber du fällst immer darauf rein, du musst jetzt einkaufen gehen. Los. Das schaffst du schon. Du hast noch ein bisschen mehr Diamanten als ich. Ich hab gar nichts. Ja, okay. Okay, dann würde ich sagen, ja, dann, ich gucke mich noch ein bisschen um. Vielleicht ist hier, finde ich noch irgendwas oder so. Warum haben wir überhaupt ein Babybett hier? Als ich nicht vielleicht hatte die Frau hier vor dem Kind. Oder wir können ja auch die Puppe da reintun. Naja. Müssen wir das nicht wegtun. Da kannst du ja schlafen. Ich meine, ich will ja auch nicht neben dir schlafen hier. Ja, dann würde ich sagen, dann geh du mal los. Ich meine, es wird schon dunkel. Der Supermarkt schließt gleich schon. Dann, äh, ja, ich gucke mich noch ein bisschen um hier. Okay. Dann. Bis spät. Ja, los jetzt. Das schaffst du schon. Ja, okay. Okay, warte mal. Hier ist noch ein Kuchen. Warte mal, der müffelt auch schon. Ich gucke mich mal nochmal draußen um. Der Ausblick draußen ist halt echt mega gut. Also über den Ausblick kann man sich echt gar nicht beschweren. So, hä? Was denn? Warte mal, hat Emily vergessen, die Tür zuzumachen? So. Aber was ist das? Hallo? Hä? Was passiert denn jetzt? Warte mal. Das war doch erstmal die Spieluhr. Und, hä? Warte mal. Die Puppe fehlt. Ach du Heiliger. Das kann nicht sein, oder? Das passiert gerade nicht. Ich glaube, irgendjemand spielt mir gerade einen Streich. Irgendwo auf dem Balkon, oder? Wow. Oh. Oh. Ich glaube Acht Ne Das kann mich nicht geben Ich muss hier weg Ich muss hier weg Oh mein Gott Ne Äh Oma Wow Die Tür klappt immer noch Ähm Ich habe es mir anders überlegt Ich Ich Äh Keine Ahnung Tschüss Jetzt erstmal Wow Emily Emily Ja Warte mal Stopp 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 Was ist los Was ist los Da gehen wir nicht mehr hin Wir gehen nicht mehr in diese Wohnung rein Wir gehen ja nicht mehr rein Lami Du weißt nicht was gerade passiert ist Du übertreib Was ist denn passiert Warte mal Ne Wir müssen hier weg Wir müssen hier weg Nein Wir gehen jetzt zurück in die Wohnung Wo willst du sonst hin Lami Warum Ja Ne Ich will dann auf der Straße leben Was ist denn passiert Ey Das glaubst du mir eh nicht Da war irgend so eine Stimme Und Fenster sind kaputt gegangen Und Da draußen war Blut Und ein Skelett am Baum Lami Du hast so eine große Fantasie Komm Wir gehen wieder zurück Ja okay Wir gucken uns das an Glaub mir dann nicht Ja dann zeig mir mal was du meinst Ja In der Wohnung ist alles kaputt Glaub mir Nein glaube ich nicht Doch Warte Schau sie an Ah diese Tür ne So Wir gehen hoch Schau mal Und die Puppe ist weg Die Puppe ist weg Wie soll die denn plötzlich laufen oder was Ist die plötzlich lebendig Keine Ahnung Die Spieluhr ist angegangen Schau Hä Also die Fenster Warum lügst du Auch nicht kaputt Hä Das kann nicht sein Glaube es mir Ich glaube du bist zu fertig vom Tag Nein Oh Gott Lami Wir sollten gleich Mal hin Ich lüge nicht Ich lüge wirklich Ja aber dann schau mal hier draußen Und Hä Meinst du Lami Da war Blut Und so ein Skelett am Baum Und ein Skelett Du glaubst mich nicht oder Natürlich glaube ich dir nicht Lami Hä Habe ich mir das nur eingebildet Ich glaube schon Das kann nicht sein Das kann wirklich nicht sein Leg dich lieber mal hin Ja ok Vielleicht hast du recht Ich lege mich einfach wirklich mal hin Der Tag war wirklich anstrengend Ja ich lege mich jetzt besser auch hin Wir sind beide sehr fertig Ah ok Dann gute Nacht Lami Lami Hä Hast du das gehört Emily Lami Machst du Steh auf Hast du das gehört Ne Warte mal Das klopfen Ja Alter was ist das denn Lami ich glaub Nein Ich glaub Achso Was denn Du willst mir nur ein bisschen Angst einjagen Weil ich vorhin so Ah Du willst mich jetzt ein bisschen ärgern Nein Lami Ja ist schon Es hat eben an der Tür geklopft Ja ist klar Ist klar Natürlich Lami komm doch wenigstens mit mir gucken Bitte Ja ich komm schon mitgucken Und gleich steht hier keine Ahnung wer vor der Tür Aber da Hä Das mit dem klopfen Bist du wirklich nicht Nein Hier unten Warte mal Ist niemand Ist es mitten in der Nacht Yo Lami Oh mein Gott Hä Da ist die Puppe Ich sag's doch Die Puppe hat sich bewegt Es ist zu spät Ich hab's gewusst Ich hab's gewusst Ja natürlich glaub ich dir nicht Wenn du mir sagst Eine Puppe bewegt sich Ja Denkst du ich lüge oder was Warum soll ich dich anlügen und so Ich hab's doch gesagt Diese komische Puppe und diese Oma Und dieser Typ da oben Keine Ahnung was das für ein Typ war Die waren alle Psychos oder so Lass einfach schnell weg Ey es ist schon Sowieso der nächste Tag Lass uns Ganz ehrlich Lass uns einfach eine Arbeit suchen Und eine vernünftige Wohnung kaufen oder Okay Alter was war denn das wieder Für ne Nacht Ey Ey Sowas passiert auch wirklich nur uns oder Ja Immer passiert uns sowas Ey Sind wir jetzt verflucht oder so Ich hoffe mal nicht Keine Ahnung Ey Freunde Ich würde sagen Das was mit diesem Komischen Video Keine Ahnung was das war Ähm Aber wenn euch das Video gefallen hat Dann würden wir uns mega über eine positive Bewertung freuen Abonniert unseren Kanal Aktiviert rechts daneben die Glocke Dann bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung Wenn wir ein Video hochladen Das würde uns mega freuen Und ja Kommentiert mal ob ihr das Video gut fandet Und ja Ich hoffe wir sehen uns morgen Bei dem neuen Video von uns wieder Und tschüss Tschüss